Sie kochen den Eski-Kaffee von Girls Tensers. Ein Hotpants, drei Handbreiten über dem Knie. Da bin ich immer versucht mehr auszurechnen. Drei Handbreiten über dem Knie, was das für Hotpants sind. Das ist dieser berühmte, breite Gürtel, den ihr kennt von euch. Worte offen. Worte offen. Soakal J�를 Arrow i Gealen. Danke! Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020